Hallo und guten Tag. Sie hören eine weitere Folge der Informationen über Vitamin D vom Institut Vitamin Delta. Mein Name ist Raimund van Helden. Seit Jahren haben wir auf unseren Internetseiten Informationen über Vitamin D gegeben. Wir haben seit einem Jahr die Möglichkeit geschaffen, dass auch die Besucher abstimmen, was sie von Vitamin D halten, zu Nutzen, Risiken und Nebenwirkungen. Über 8300 Stimmen wurden im Verlauf eines Jahres abgegeben. Es sind im Wesentlichen vier Fragen zum Gebrauch von Vitamin D. Vier Fragen haben wir gestellt. Die erste, gesund in sieben Tagen, wer kann hierzu etwas berichten? Die meisten, 70 Prozent, sagen, ja, ich wurde sehr schnell geheilt. Viele können sogar von Leuten in ihrer Umgebung berichten und hier zeigt sich auch, dass viele Therapeuten regelmäßig diese Therapieerfolge haben. 149 Therapeuten. Manchmal dauerte es etwas länger. Dass jemand bei klarer Indikation, also vorhandenen Vitamin D-Mangel-Symptomen überhaupt, die Symptome behielt, wurde nur in drei Prozent der Fälle berichtet. Die zweite Frage. 74 Prozent von immerhin 2300 Teilnehmern haben keinerlei Nachteile erlebt. Hier ist der Balken dazu. Es gibt natürlich zeitweise mal Schmerzen, Hauptsymptome, Bauchbeschwerden, Muskelbeschwerden, wobei sich immer die Frage stellt, liegt es tatsächlich an der Einnahme oder war es ein zufälliges Zusammentreffen? Also, es sind letztendlich harmlose Symptome, die recht inkonstant sind. Wir können nicht sagen, dass beispielsweise Übelkeit immer auftritt oder anderes. Die Tatsache, dass hier alle Symptome etwa gleich wenig genannt werden, zeigt, dass es keine systematische und typische Nebenwirkungen nach der Vitamin-D-Einnahme gibt. Die dritte Frage. Wie wird man in der Arztpraxis behandelt, wenn man nach Vitamin D fragt? Nun gut. 30 Prozent bekommen eine Beratung und ein Rezept. Meistens deshalb, weil sie in eine spezialisierte Praxis gehen. Oft muss eine Fachdiskussion geführt werden. Die meisten aber haben Probleme. Die Mehrheit stießen auf Skepsis, wurden abgelehnt. Es wurden Gefahren beschworen und die Entscheidung erst mal vertagt. Also, 50 Prozent gehen in der Praxis leider leer aus. Wie kommen die Menschen dann an ihr Vitamin D? Nun, von den 42 Prozent, die es regelmäßig aufschreiben lassen, müssen sich die anderen umsehen. Im Ausland, sie gehen hin und kaufen die unterdosierten Tausender oder holen sich das Vitamin D-Öl zu 1000 Einheiten im Internet. Bei Vitamin Delta haben wir hier die Bezugsquelle genannt. Es gibt auch noch das Vigantolöl, was verschrieben werden kann. Die meisten müssen hier auf eigene Forst vorgehen. Und letztendlich lässt die Krankenkasse die Menschen auch im Stich, weil die Kosten nicht übernommen werden. Das heißt, auch das ärztliche Rezept muss letztendlich privat bezahlt werden. Diese Frage, wie viel Vitamin D haben Sie tatsächlich genommen, würde viele interessieren, damit Sie es nachmachen können. Aber diese Frage habe ich bewusst nicht gestellt. Denn so geht es nicht. Wir sind nicht alle gleich. Der eine wiegt 50 Kilo, der andere 150 Kilo. Wir müssen mit einer Formel das Körpergewicht berücksichtigen. Und dann hat der eine einen Spiegel von 0 und der andere von 30. Das macht unterschiedliche Mengen, die für die Füllung benötigt werden. Und deshalb gibt es hier den Vitamin D-Service. Da finden Sie den Online-Rechner zur unmittelbaren Aufstellung der Vitamin D-Dosierung mit Dosierplan. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.